Ja, fucking Detroit, Alter. Ich hab's hier gedacht, das ist schon furcht. Ja, ist schon furcht. Ja was, Detroit Pistols, oder? Pistols, ja. Die gibt's sicher auch nicht mehr. Echt? Äh, so voll am besten. Ja. Ich denk mal die Pistols. Er steht 1-0 für Arma, glaub ich. Er steht 1-1 für Arma, glaub ich. Ja, okay, ja. Während hier ein Smalltalk... War das... Ja, jetzt muss ich spielen gegen Winchester. Wo ist Win... Nein, nein, das meine ich nicht. Zehn! Nein, elf! Das war nicht noch nicht richtig, dass ich... Wo ist eigentlich Ameramczyk? Ich meinte, da sind beide Losers. Wo ist eigentlich Winchester, meine ich. Du verlässt mich. Erst, ich komm nicht klar. Mach das schon. Okay, Breezy. Ah! Hey, ich hab's schon hier fest, oder? Den da? Ja, ja. Der tiefer gelegte. Der tiefer gelegte. Ja, der tiefer zieht. Ah, der tiefer zieht. Ich weiß nicht, wie die sind. Ja, WORK. KILLI MAG, KILLI MAG. Oh, okay. Varmy, klar. hat er angefangen? Er hat sich angefangen, ja. Mago ist der Winger gegen NRD. Mago? Erst wo ab den... Nozarex gegen... Wo ab den ist das? Achso, das ist extra. Ja, ja, genau. Nozarex... gegen... Wincent. Na, mit Eis. Da, 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 da. 3, 6, 9. Very Fine. Mit dem 3 auf oder... Nein. Na so. Skid low, get low, get low, get low, get low... To the windowoooooo! To the wall! This is thrust on my ball. Ow! Ah, skid, 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 skid! Hahahaha! Aber du gehst in Japan spazieren, du kommst wirklich vor wie Nitrospeed, alle waren. So, Nissan Skyline, RX 7 Uhr hergerichtet. Warte, ich zeig dir, ich hab mich so verliebt in einen. Du hast keine Ahnung. Ich zeig dir gleich, dann weißt du. Gibt's in Japan Poverty. Ja, es gab andere dort. Schau diesen RX 7, Mann. Schau auf... Bertl! Ist das Kennzeichen schräg, damit wir's nicht so sehen können? Bertl, schau! Der hat sicher beim Kennzeichen ein Board, dass er... Dass er zurückblitzt, wenn er zu schnell fährt. So, ich muss euch zeigen... Na, warte zurück. Das fokust. Japan ist so geil, Tokio ist so geil, halt. Ich verstehe, warum Kiel die ganze Zeit die Feuerwehr dort anmacht. Wir spielen mal. Wir spielen mal Full Screen. Aber auch ein paar der Loser. Eine Erder. Vorher Jakob und Anna. Und jetzt Ego und Dominic. Nice block, aber kein schlechter Part. Ich höre nur, get low, gerade im Hintergrund. Okay, okay, Stun, Boxer hat es echt verloren. Ooooooh, aufgeladene Feuerball, E2. T-Bag. Get low, Alter. Richtig, richtig, nein, nein. Weil er nur lobe. Fire. Deswegen springt er. Domchik mit dem Trashtuck unter dem Spiel. Unter dem Spiel. Ooooooh, nice. Von der Karin. Ooooooh. Vorbeier, vorbeier, vorbeier. Oh, okay. Damn. Damn. Final round. Fight. Vorbeier, vorbeier, vorbeier. Ja, scheinbar. Tabelle hat ja nicht voll eigene Karte. Hahaha. Oh, Stun. Alter, du weißt nicht, wie schwierig. Ja, aber du musst sie danach registrieren. Ja, und es ist alles Japanese. Ja, ich habe einen Dude dort gefragt und er konnte nicht von Englisch, aber er hatte so eine App am Handy. Er hat den Text eingegeben und Bilder gezeigt, was das heißt. Ja. Ach so, ich habe es nicht gemacht. Ach. Wahrscheinlich, ja. Ja. Es wird sich schon geil, eine Karte zu haben. Weil ich wollte in SF4 meine Karte haben, aber jetzt habe ich schon... Oh. Ja, ja. Die Nethika mit 5-Logo drauf auf den Karten, ja. Ja, die sind echt cool. Du kannst sie sogar mit dem Steam-Account oder PS4-Account fliegen. Ja. Echt? Ah, okay. Ah. Will do. Aber ich habe eh keine Gefahr. Das ist nur, was du freigespielt hast. Auf Steam kannst du dann auch... Ah. Okay. Ja. Ja, Steam geht. Ja, ja. Oh. Das ist so ein Scheiß im Woodvig, Leute. Was? Stun. Was? Perfekt. Oh ja, entweder er einen Scheiß macht. Er macht den Scheiß. Er hat einen Meter. Aber er wollte nicht rausgehen. Ah. Perfekt ist Perfekt. Er braucht sie. Er braucht sie. Du siehst ja geklänzt. Ja, ja. Ja, ja. Oh man. Oh man. Basically am Brokerbrick. Für gegen Jäger schuld. Sollte ich das Hürfnis machen. Oh, Reverse Perfekt. Woop. Das wäre geil gewesen. Ja. Deine. Ja. Ja. Ja, der kriegt 10 nicht mehr. Oh, wie oft der Strecke jetzt hat. Wie MOV, Alter. Bäm. 2-0 sogar. Jetzt glaubt man gar nicht, wo die sind. 2-0? Ja. Ich glaub 2-0. War 2-0, oder? Ja. Bist du, oder? Soll mal Nulls das weiter spielen, oder? Okay, dann spiel ich gegen Rogo. 2-0. 2-0. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 1-0. 2-0. 1-0. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Ich bin erst irgendwann, ich bin lang weg. Ich bin Anfang August zurück. Wir gönnen uns länger. Zwölf Tage Tokio und Bali auch noch. Oh ja, okay, gut. Was ist das eigentlich? Losers? Das ist Losers, ja. Pendejo. Stun! Schöschaden, der fähre Schaden. Cock! Wo? Wo? Lo, vorwärts! Wo? Wo ist der Hard Punch? Der Hard Punch? Dieser Hard Punch? Ja! Ja, ja, ja. Aber ich glaube, den Krieg aus Sliderweg. Ja, er kommt ja gegen den Spatial. Er kommt zum Hard Punch. Staining oder Crocs zum Hard Punch. Aber das geht, glaube ich. Ja, aber es war... Charakter Spatial hängt doch eh nicht zu sparen. Aber... What? Oh... 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 Backdrow. Okay, Weezy cornered. Wow. What? John? What? What? Hey, go! Ah, der hat 3 Goods. Das war nicht V-Skill. V-Skill wär nicht. Okay. Okay. Tiramisu. Back. Whoa. Ja, ja. Ich habe das. Ja. Keeper so ein Charakter, aber die einfach... Als das Denks flieg ist, bin ich. Sie haben es einen Teil des Denks gelätzt. Oh, ja. Was ist Rekord? Was ist Rekord? Was ist Rekord? Was ist Rekord? Was? Rekord? Rekord? Glück your orders. Ok? Fertig gegen Ken, er hat schon einen guten Hardbunch, aber... Ich gegen Bionic? Der erste Wechsel ist jedes Match, oder? Naja, jetzt wo weniger Leute werden. War das 2-0? Das war 2-0, oder? Das war 2-0, oder? Das war 2-0, oder? Das heißt, wenn die Verkehrtung hat, dann ab... Wir haben die Oberhände so. Jede Sprügel ist nicht mehr schnell. Du willst nicht einenleren Reversation? Ra-ra. Ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh Monkey Fist, Servus, ich war leider nicht beim Kommentar, also da bist Servus, wie geht's dir, alles cool? Äh, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Du bist in Detroit? Monkey Fist? Ich dachte, er ist... Warum? Er ist umgezogen, what the fuck? Detroit, Detroit ist wie der zehnte Bezirk von Wien. Ja, der Monkey Fist, weißt du, er lebt gefährlich. Mit deiner Freundin auch. Aber wir haben jetzt Bionic gegen Nozarex, äh, eigentlich auch ein Klassiker in Street Fighter V. Ein großer Paar. Er wollte optimalen. Oh, Uss. Nice, Anti. Yeah, Anti, ja. Anti, ja, basically Anti. Er wusste, er stringt, er nutzt, ja, oder? Nee, Schakonets, oder? Oh, Pfannis. Ich denke, ich bin ein bisschen. Oh, overhead? Natürlich, OVL, weil sonst jetzt nicht getroffen. I, I, wake up up, what? Biss jetzt locken. Ah, 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 ah. What? What? Oh, wei! Gebe mal! What? Ein bisschen Meta. Anfang des Monats. Mein? Test zu aus. Warum? Was brauchst du vom I-Grid? Damn, das war schnell. Das war super schnell. Kannst du, aber die kriegst du nicht. Das sind eigene. Von Sega. Die kannst du nicht austauschen. Die kannst du nicht austauschen. Du kannst sie schon austauschen, indem du sie raushaust und dann diese 20er-Löcher reinpasst. Das ist der Startknopf. 20er-Löcher. Dann im 20er, noch kleiner. Sehr. Die sind oh shit, aber wozu brauchst du die, weißt? Warum? Die sind eh schon quasi drinnen. Warum bist du diese austauschen? Ja, dann spray sie an. What? Bisschen schleifen, sprayen, fertig. Du hast einen ausgelaufen. Ante, er hat nur Ego schon verpasst. Aber er fühlt sich schnell. Damn, die Runden gehen schnell. Damn, damn, das war schnell. Die Sache ist, du kannst nie sagen, als Kommentator, kannst du nie sagen, oh, dein Nosarek fühlt sich. Weil es ist so random. Ja. Aber wir haben 1-1 nach einer Minute ergeben. Das war super schnell. Das Einzige, was eine Konstante ist bei Nergens Gameplay, dass er nicht OBS braucht. Und Wake Up Jump. Zwei. Zwei Konstante. Und YouTube Jump Hard Punch. Zwei Situationen. Zwei Konstante. Zwei Konstante. OBSouth Was ist eine Beleidigung? Sie vergessen sie! Das ist sogar Best Case, dass es niemand versteht. Griff ist eigentlich besser. Pass ich nicht auf, das war klipp und klar für Jakob. Der Meister greift, der Meister greifer ist natürlich Bock. Man muss Credits geben, die Credits geben. Klingeling? Oh, hat den Geist? Wir haben gebrochen gerade. Hat den gebrochen gerade? Hat den gebrochen? Wie viel Flos ist das? Was? Das war ein Phoenix. Feilon Contour, Jab auf Block, Cancelling, Kommand, ich glaube, dass ich getroffen habe. Was war dein guter Charm. Fairen Ballade. Natürlich hat Pollex gespielt. Oh! Gott 6! Wake up, Charm. Oh! Ja, aber brav gewartet. Jakob spielt gerade ziemlich brav. Ja, das ist vorbei. Kommen! 1-2, 1-2. Ich gebe wieder an Jakob. Ich muss dringen. 2-1 war das gerade. Jacob. Ja, das lässt sich raus. Ich bin nicht einmal ein Runde einzig. Es gibt noch Flashbacks. Das sieht man als hier. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 1-1 machen wir, oder? 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 3-3. 3-3. 3-3. 3-3. 2-3. 3-3. 2-3. 3-3. 3-4. 3-4. Wooo! 5-4. Ja, das ist das. Losers war gefährlicher als so. So, Insta gegen Maeve. Insta bei Player One. Ah, wie konnte ich verlieren? Ja, das ist das. Gute Anti von Maze Man kann es Manchmal aber sehen Habe ich das Gefühl Je nachdem Ja Wenn er nicht weiter geht Oder zurück geht XSBK Keine SPK Von Bertl Oder XLex Wäre auch gegangen Glaub ich Wenn er Angst hätte Vor der Distanz XTanko Jetzt Bertl in der Ecke Uuuuh Be Confirmed Aber Meta jetzt Auf ihmster seiner Seite Ah ja Fuck Gummen Ich weiß nicht ob die Namen auf Silberhöhe sind Das sieht aus Als Fernsehsinn Oh 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 In der Ecke Macht den X Shoryuken Um rauszukommen Wärts drop die Combo Selten Aber Hat trotzdem Jetzt den Matchpoint Abgeholt Round 2 Fight Woo 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 mhm 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 corner throw corner throw stun baut sich auf corner throw und wow sehr viel damage ich hätte nicht erwartet dass der troll killt ja 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 Ah, jetzt da noch ein Guess. Bertel drückt nix. Walk-Up-Throw. Bertel techt. Bertel könnte chippen. Oh! Oh! Nein! Der Drop. Der Drop. Ja. Dino gegen AFK. Ja, das zweite war, es ist eh Platz, es ist eh Platz frei. Ich hab zweimal gedroppt. Ja, aber der letzte Drop war quasi das Match. Nein, nein, es war zweimal. Ach so. Ja, ich hab zweimal gedroppt. Der Anton auch so eine Riese. Schön, jetzt dran, was da los? Au! Ja, das war's. Ja. Frau, ich hab neuer mich. Ich hab neuer mich. Ich hab neuer mich, aber ich hab neuer mich. Echt der Ramczyk Warum auch nicht? Nein, das ist doch so gut wie ich mich so selten Wieso ist er seinen Jump Arc so ändern kann? Ja nicht irgendwie das nicht Es ist schwer gegen Goki zu spielen, wegen seinem Rund 2, wegen dem Zerr1. Ich kann mir vorstellen, dass es als Urienspieler schwer ist, wenn jemand seinen Jump Arc so ändern kann wie Goki. Leider Schaden. Das war ein existiertes Leben ohne Meta. Ja, gut. Da auch sowas, jetzt hat der Anton eigentlich geanti-airt, aber dadurch, dass er den Fireball schiebt, dann in der Luft. Und wenn du dann Pagehaft rief fliegt, würde der Fireball. So wie jetzt. Ja. Au. Au. Triggered. Au. Au. Du hast gerade das nicht Cross-Up getroffen. Du hast gerade das No4... Ich habe den Armistin gefunden. Wieso? Wieso? Oh ja, hier. Hast du jetzt einen Sanker? Das ist gerade drin. Du hast gerade die Sanker. Oh, ich habe gegen den Reset Squad. Ja! Was ist das? Ich hab einen Armackert, einen Riss geschossen und Jakob war auch ein sehr guter Jakob, Dino, ja, ich hab ihn Ich hab einen Armackert, einen Riss geschossen und Jakob war auch ein sehr guter Oh, und jetzt Matchpoint für Dino Ich hab einen V3 geshaut, weil normal spielt Jakob noch den 1er und Dino spielt meistens den 1er Aber, sind immer noch beide gut Ja Der 1er war immer gut Er war ein bisschen genervt, aber Sind immer große beide Einer der wenigen Charaktere Die 2 gute dann Ja Ja, die ganzen Ja Meissen hat auch 2 gute Ja Ja Die Birdy hat auch 2 gute, ja Wobei die Ketten sind schon Sein 1er war schon gut Ja, aber die Ketten sind halt besser, ja Aber das ist auch schon schlimm für einen Charakter, der eigentlich schon Gut war Ja 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 Aber die Ketten sind eine Frechheit Ja, aber ja Okay Oh, wake up Japs Ex-Taz in der Luft, guter Corner Carry Demon Flip mit Palm Vor allem die Ketten Jab und Draw Die Ketten sind sogar nur ein 2 Bar beat wieder Ja Insta gegen Roger Bin ich schon wieder Ja Roger Robo Skandaliert da wer Take a seat, take a seat Mit wem Mit wem Mit Schnitzeln Oh Boleros Hast du schon Urlaub gecheckt? Was? Den checken Warnerstof, was wartest? Wartest du eine Woche vorher und dann sagst du Bescheid? Weißt du wer auch nicht da ist? Richard Schmidt Richard Okay Ja 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 Er hat sich auch gedacht, ich geh auch Wenn Bogdan nicht da ist, geh ich auch Ja Du musst Cap stocken Sorry, ich bin kein SJW Willst du Kanal 3? Was? Kanal 3 Wenn du willst, können wir gehen Okay Pass, gehen wir Insta Insta Da, Jim Bean Ja, ich hab Ex am besten Ich hab 100% gekauft Selber schuld Karl Rogo Bitchass Karl Rogo Nimm den Nimm den Ja, ich suche einen Becher GRZ Küchentisch Der kleine Tisch im GRZ Tadog Was machen die da? Achso, die spielen schon Achso? Button checken Nein, nein, die spielen schon Warte, kannst du mir ein bisschen Geben Schwarz Na bitte nicht Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Hallo, hallo Hallo, hallo Hallo Wieso trifft der Scheiß? Das ist Quatsch mit Light Kick Wuuuuh, Ex SPD Ah, er ist vorbei Ja Ja Fucking Geef Insta Baby packt sein Leben nicht Völlig zu Recht, weil Geef ein scheiß Charakter ist Ja Ein undankbarer Gegner Was? Anti-Sweep? Ja Was? Anti-Sweep? Ja Ja, er hat ein paar Hits vor allem Ja Und Geef hat zu viel Leben Geef ist zu viel Echter Mann Ja Er trainiert jeden Tag Bizeps und Brust Ja, so wie es sich gehört 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 Ich weiß nicht Ich hab sicher Head-Group nach oben Für beide trinken Ja, ja Oh, oh, oh Ei, 1-0 für insta Kari wins Home, Mature Room, Mature Room Kage! Kage! Round 1 Kage! Nicolas Kage Where we are? Home, Mature Room, Mature Room Kage! 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 Hermito! Yay! Pester do itak! Oh, matchpoint Instagram ja die neigt ihm da reinzukommen jetzt muss er raten ja mit ja hat die exakt die scheu er zeigt nicht gut aus und rio Und damit sehen wir AFK gegen Bionic, ein brüderliches Duell. Bionic und AFK, beide bereiten sich schon vor, da sehen wir beide. Bionic, achso Caps ist an deswegen, AFK, AFL, IFD. Ich habe geglaubt, ich habe Reset Score gemacht. Ich habe auch geglaubt, aber es war nicht. Es war nicht. Es hat dir gemacht, OBS hat dir gemacht. Es ist okay, wenn es nur OBS ist. So, schauen wir mal. Was sagst du? Das ist schon besser für den Verein. Achso, Dino als nächstes. Falke. Uh, Falke. Rarely seen. Ich glaube, das Match geht schnell. Glaubst du? Ich habe schon gegen Antons Falke gespielt. Oder vielleicht haben sie zu Hause gespielt. Es ist nicht schlecht. Stärken. Ja. Zeig. Unmöglich. Unmöglich. FALKE. anscheinend hat sie nur 200 dann er wollte der match er wollte sich der match und action sparen die sprüche kennen wahl Heute in John Wick Wow, nice hat mir gefallen Der redeemed sich Der IFK ein bisschen Aber nur ein bisschen Schauen wir mal Jan Bole Du bist gut sehend Jan Schwabole Warum keine Hand hier? Nein, das sehe ich jetzt schon Das war echt schon, aber keine Hand hier Egal was kommt Egal was kommt Ja Wird Anton wechseln Auf Urin Nein, er bleibt Der nächste Mann Der nächste Mann, der sagt, dass sie Urlaub gehen Was ist das? 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 Wäre schon gut Ich stelle dir vor, Laura hätte das Ja, weil es nicht so war Standing Mid Kick Ich wäre schon mit Standing Mid Kick Wenn es das ist Wenn es das ist Wenn es das ist Wenn es das ist Wuhhhh Exel Die lange Hand Imul haben und dann Spät nehmen Ja Ich fack mein Timing ab Weißt du was? Ja, mach dich Entschuldigung Wunderbar Mann Oh jee Ohohohohohohohoh Was für Scheiß, Alter Was machst du für ein Scheiß, Mann Geh scheißen Du sollst sterben, Alter Na, Mann Du hast es verdient zu sterben Es war ein bisschen zu früh Es war drei Jahre zu früh Als nécessaire Jin zeg Ja. Schön Er hat gepustet Für sie nicht das Wie Er finite Er hat es nicht gepustet Das welke Erdrohr hat Oha 2-0, 2-0, 2-0 Bionic. Die letzte Partie im... Machen wir erst Winners oder Losers? Machen wir erst Winners, damit Insta... Nein, nein, warte. Machen wir es so. Damit Bionic Bautrad hat. Maeve gegen Dino. 1st of 5. Nein, 1st of 3. Achso, Entschuldigung. 1st of 5. Was habe ich gesagt? 1st of 5. Achso, Entschuldigung. Ziemlich fagig von mir. Ich wollte es nicht. Forget. Merkst du, wie ich Tabulator dominiere? Ja. Wahnsinn. Kommst du vor, als würdest du bei der Kone arbeiten? Ungefähr so. Ich kann verstehen. Das ist das Feel, das ich habe. Ich hätte gerne ein Heffish-Logo noch. Da neben Hard Edge. Kannst du machen? Ja. Ja, for real? Ja, sicher. Shark. Aber das ist ein Energy Drink. Dann mach andere einen Shark. Nein, mach Energy. Ich hoffe, dass das Shark sponsert. Oh, gut. Heff to. Das Dino nach oben schiebt. Bertl aber auch. Ja, Bertl ist schön. Rüber, 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 rauf, 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 rauf. Okay. Gage! Gage! Oh, mein Rüber, mein Rüber, mein Rüber! Gage! So. Das könnte jetzt interessant werden. Player 1, Dino. Player 2, Crystal Maeve. Winners Final. Gute Antir. Aber Palm hat getraded mit dem Godlike Chun-Li Light Giganti, ja. Low Forward. Kein, äh... Swingwell Kick. Den 1-Tip, den O-Wight. Der move auch. Kontrolliert so gut Space. Hard kick zu Chun-Li. Der 45 Grad Hard kick der da. So gut. Ja, sieh. Ja. Er trifft dich, er trifft dich basically straight in der face. Keine Eier. Oder in die Eier, wenn du uns wegzüchst. Ja, stimmt. Mach das mal in Relay. Relay zu Metac. Oh, schöner Slide. Oh. Aber Dino lässt sich nicht so ein Gimmick sein. Ja, das ist gar nichts machen. Er, Feuerboils, nehmen die die Space weg. Vielleicht ein XSBK. Oh, der ist nicht immer Schiemen. Lose, wake up. Trigger ist auch schon rausgelaufen, aber der Trey in der Troom. Gute, wer ist raus. Rund 2. Fight. Kudo, wie fanny. So. Bertl cornered. Oh. Entschuldigung. Ja, vielleicht. Aber es ist auch wieder gefährlich, was du mit der Troom, der Troom kriegst. Ja. Bertl kurz vor dem Stun. Dino sehr guter Lieve-Bertl. Jetzt geht's in den Grill. Dino hat noch einen Meter. Einfach John. Einfach John. Irgendwann bist du so weit, du kannst du 4 nicht mehr Taken. Wir sehen, wer immer Taken kann. John wick. Ich hätte gesagt, Lieve, nicht mehr. Von Wicke ist Hatter. Er ist ein Kulass. So hot, Izay, Izay. So haben wir viel zusammen gemacht. Indestructible. Bafschade. Was für Fake Fram. Oooooohh. Das ist ein Sinn. Ja, das ist ein Sinn. Das war 1.0. Das war 1.0. Das hätte der M.O.V gesehen, er hätte. Da hat er den Button Press rausgelockt. Ja, wirklich. Sehr gut. Nichts für ein schlechter als Elfer. Also, irgendwer, ich glaube, Dino nimmt sich gerade Zeit, wir gehen jetzt zum Charakter Select zurück. Völlig berechtigt. Natürlich. 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 Trigger 2, ich weiß nicht, ich habe nicht geschaut welchen Trigger er vorhatte. Also, Dino. Oh, wer hat wohl so gut sein, aber er hat zu spät reagiert dafür. Ja, gut reagiert auf den Dash, man kann, er war kannte Hit, aber trotzdem, schönen Jumping. Spacing ist halt schwer da durchzukommen. Ja, Dino hat definitiv den Trigger gewinnt. Ja. Schöner Wippe, weißt du? Da wäre ein Wippe, keine Wippe. Schöner Kupferf. Ja, der Bertl hat ihn. Er ist nicht umsonst Grandmaster. Er ist umsonst Grandmaster, ja. Und... Oh, Counter. 3, 2 Quatsch und Midpunch, 1 Stunning Midpunch, Hitohado für Chip. Das ist schon viel Great Damage. Er zahlt sich schon ab. Ich habe meine Taschen Ticker. Also, ich habe sie draußen. Wo immer ein paar Kalttaschen zu gelten. Oder in jeder meiner Taschen ist Taschen Ticker. Wichtig. Und Kondome. Wichtiger. Seitdem ich dich überwinden kann. Wir haben jetzt sehr geduldig... Ah... Dinnig... Dropped aber... Eine Move könnte ich nur nochmal spielen? Ja, zum Beispiel sowas. Ich glaub der hat er gedroppt. Ah der hätte super gebrannt. Ein DROPPPPLEX! Daaa... Fließt er. 2-0. Es ist BO5. Ja. Winners Final. Dino überdenkt Sachen. Nicht sein ganzes Leben, aber Sachen. Völlig berechtigt. Ah du musst. Man muss sich Zeit lassen. Ja. Aber wenn du gegen jemanden spielst, der in Kikambo Highest Level auf Scharf nimmt. Bruder, du musst dein Leben überdenken. Ah, schön. Oh. Vorbei. Ja. Okay, ich schau ihn. Jump out. Risky Call, aber hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Jetzt Dino ist derjenige, der kurz vor stundet. Ja. Hat aber immer noch den Live-Lead. Stun geht nicht. Walk-Up-Throw. Dino? Jub! Entning. Das ist ein Objekt. Schwäck Grouchen. Ein schöner Jump-Up. Geht zurück. Sehr starke Runde. Family Matushima. Fami-Ma. Confirms. Touching mit Kiket und Spin Bird. Ja, ja, ja. Oh, das war ein bisschen autobraint. Ah, schön. Wichtiger Anti-Här für Dino. Vor allem, wenn er Trigger hat, konnte noch ein bisschen Damage rausholen. Ah, schön. Ja, wieder. Das waren jetzt zwei Trigger kommen. Zweimal Anti-Här quasi. Das ist das Leben, das Bärstl verloren hat. Aber nicht das Leben, was er jetzt verliert. Wird nicht töten. Ah. Matchpoint. Crystal made. Wichtiger Jump-In. Oh, jetzt. Nein, schade. Fast die Whiff-Punished, denite den Ex-SBK. Aber da kommt noch ein. Wieder ein Ex-SBK. Unglaublich. Beide spielen sehr vorsichtig. Irgendwo. Beide suchen auch den Whiff, den sie Punished können. Aber, ja. Vorbei. Ja. Definitiv vorbei. 2-1. 2-1 von mir. Akuma wins. Der Whiff, der Whiff. Gute Anekdote, eh, actually. Es ist der 5-1 live, eigentlich, actually. Wichtig war, dass die Frau heute den John Wick gesagt hat, Life is Suffering. Ja. Ja. Sie wucht! Wer hat den 19 Dash hier mit einem Quick Jab, Very Quick Jab? Weiß nicht ob der Feuerball Gewalt war? Ja wahrscheinlich schon, aber Smart war er nicht Aber er ist nicht Smart Zeit-Change Oh, Kuda What? Was passiert jetzt? Was? Was zum Fuck passiert? Sehr verwirrend Ja Ich muss mich durchschneuzen Was? Ich muss hier Lange auf Oh! 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 Guter Reset Aber Er macht so oft Ex-SBK 2-2 Dino gleich das Ja Ja, vor allem Das erste Match war sehr in Maves Favour Das zweite Match Okay Das dritte hat dann am Anfang rausgeschaut, als würde er es holen Aber Dino hat es dann zurück geholt Und das jetzt war Sehr in Dinos Favour Das heißt, wenn die Ob er Genau, ob er Ja Palm Pressure to Jab Jetzt beide etwas Defensiver Ja Oh 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 Schöner Shimi und Bertl ist Stunt Matchpoint Dino So Round 2 Werden gediehen sich Ah Minus 2 Oh, leider Aber ist okay, er hat den Matchpoint Er hat den Matchpoint Er hat den Matchpoint Er muss hier nicht Buttons boost drücken Jetzt auf Dino im Trigger Der Matchpoint Er hat den Matchpoint Er hat den Matchpoint Eier Ja Ich freue mich, ob das Ex-Handor war Nein, normaler Make sense Er hat sich nach Er hat sich nach der Feuerwehr Ja Okay Nein, er ist ausgeschieden. Anton. Aha, ein seltener Drop für Bertl. Macht ihn safe. Beide sind jetzt auf vollem Meter. Das heißt, wenn der nächste ein gutes... Wer auch immer ein gutes Opening bekommt. Ja. Ja. Und Insta gegen Bionic. Die nächste Partie. Aber Dino noch mit einem Leben. Er wird dann gegen den Gewinner von der nächsten Partie spielen müssen. El Bionico. El Bionico versus Insta. Ja. Let's see, da sind beide. Ich schaue ziemlich müde. Ja. Ich weiß nicht, wann du aufgestanden bist. Ich bin jeden Tag noch früh aufgestanden. Wenn du zurückkommst. Ich auch. Immer was zu tun. Ja, ich auch. Aber es ist gut. Ich bin gekla... Ja. Donnerstag, was habe ich Donnerstag gemacht? Ich glaube, Donnerstag habe ich... Mäsche gemacht. Meine Mutter besucht. Und ein bisschen Schrank neu existiert. Es gab keinen. Ich habe so viel zu tun gehabt. Ja. Am Freitag habe ich... Küche geputzt. Wohnung ein bisschen. Bad ein bisschen. Heute war ich Arbeit. Ja. Verstehe, verstehe. So. Insta. Gegen El Bionico. So. Goki kann sehr... Vor allem, wenn er... Trigger, wenn er die in der Ecke hat. Was da an Grey Damage zusammenkommt. Oh. Lucky Jumping, wie ich sage. Weißt du, was ein Lucky Jumping ist? Wenn du nicht... Wenn du nicht convertest. Ja, ja, ja. Weil du denkst... What? How did that hit? Ja, ich schau. Hm. Ja. Insta. Schön und stark. Ja. Hat mir gefallen. Ja. Ohhhh. Hat mir gefallen. Durch den Haddo. Wieder hier mit dem Whiff Punished. Ahhhh. Mit Wake Up Super. Ich weiß nicht. Ohhhh. Das wird kill. Kein Scaling. Fast kein Scaling auf den letzten Enden. Wahrscheinlich hätte er halbes Leben haben können, das hätte gekillt. Was ist jetzt schon wieder? Was? Was du was zu planen solltest? Urlaub. Was? True. Das ist ja okay. Buch Urlaub, aber den Rest interessiert den keinen. Buch Urlaub, doch. Ja, Japan war auch. Hm. Okay. Bruder. Trotzdem. Check den Urlaub. Ja. Du hast uns jetzt schon einmal im Stich gelassen. Ja. Jetzt erst rechts. Jetzt erst rechts. Ah, guter Jumping. Ein Gang. Mach du mal. Schaff dich. Was? Besser. Du Kaliber. Bruder. Das ist wie wenn du schitteln. Das geht gut. Du kannst nicht schitteln. Du kannst nicht schitteln. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Man munkelt, man munkelt. Aber bestätigen können wir natürlich nix. Ja. 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 Kommentate. Ja, IFK, du. Man weiß es nicht. Wir wissen nur, ob Fix ist. IFK ist Young. Cooler. Richtig. FUN. Oh. Waaaat. FUN. FUN. Fästig. FUN. 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 WHAAAT? WHAAAT? XTP Always a good choice on wakeup WUUUH This will kill Und das bedeutet wir sind jetzt Insta gegen Dino Insta nach einem 2-0 Sieg Über Bionic BO5 Ja So Die letzten beiden Begegnungen Ja Insta auf Player 1 Dino Player 2 Ja ok Ja ok Du gehst ja nicht Eine halbe Stunde aufs Glock Du bist ja gleich wieder da Ja Unglaublich Hier bekommt es nicht wieder Aber mein Co-Kommentator lässt mich hier einfach alleine Also So Genau Fullscreen Insta mit Karin, Dino mit Goki Dino selbst Lange Zeit Karin gespielt Das heißt Er wird wissen Was Insta versuchen wird anzubringen Und Was der ungefähre Gameplan ist Schauen wir mal wie gut er das mit Goki unterbinden kann Bis jetzt scheint es sehr gut zu funktionieren Oh Overhead Geblockt Aber auf der anderen Seite Ich glaube auch Insta hat eine Zeit lang Goki gespielt Wow Anti-Air Low Strong Wow ein Crossup Ich hätte das nicht geblockt glaube ich Crash Counter Trigger Er nimmt die Runde Smart Hat mir gefallen Hat mir gefallen dass er die Runde nimmt Oh Oh Trigger Trigger für Karin Sehr gefährlich für Goki Weil Sie kann sehr viel schaden Mit einem guten Hits Den sie Converted anrichten Aber Nicht diesmal 1-0 Dino Akuma wins Ok Ok Breezy kommt wieder aus der Karinz Ich hätte länger bezahlt bekommen Halbes Jahr Ja Intra überlegt Round 1 Fight Wir joinen nicht in diese Art von ähh Das sind die Runde Ja Destroyer Wake up jab Double jab Double jab Wenn er jetzt wirft Ein teurer Wurf Oh Fuck Wurf Wenn er jetzt wirft Ein teurer Wurf So wie man hooten sollte Richtig Oh Schön Ha Viertel Ein Viertel Palm Oh Oh Nein Sehr gut wieder von Dino Gefällt mir sehr gut Wenn er den Supermeter einsetzt Man kriegt jede Runde Man kriegt jede Runde Jede Runde Er holen kann Holter Auch wenns bedeutet All Meta ausgeben Richtig Wie Bertl so schön sagt Meta hast du so schnell wieder drin Ja Ja Gönn dir Gib aus Oh Jetzt ist es da Gib aus Oh Oh Jab jab Jetzt insta hat die Runde gut dominiert Aber jetzt kurz vorm stun Richtig Versucht er mit dem wegzulaufen Expalm Oh Fantastic Fantastic move Outstanding move Es wird dick kill Ich habe auch gedacht Aber Das war Reguliertes 2-0 für Dino Akuma Win Dino Matrix Du bist ja überlegt Geht der Charakter wegfunden Bleibt er bei dem Charakter Scherba muss zu jugö sein Und dann kannst du gut spielen Wenn ihr wegen Dino fragt, geht es weiter. Nein, das ist nur Spaß. Du musst halt mehr Zeit reinstecken als andere und das war's. Mehr musst du nicht machen. Insta bleibt bei Karin. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Er hat sich ja gut geschlagen. Es war nicht so, als wäre er... Nein, es war nicht so. Er hat seinen Grund bestandet. Dino ist schon frustrierend. Akuma. Du hast keine Ahnung, Brat. Geh mal mit Dino fort. Bleiben jetzt sehr vorsichtig mit ihren Normals. Lassen sich... ...zu nichts hinreißen. Akuma schützt mich in Greyhound. Wofür? Wofür soll jemand mit dem... ...nach heute gehen? Oh, das ist ein guter Schaden für Dino jetzt werden. Wieder even. Noch einmal Impalm. Impalm ist nicht, fand ich Spaß. Ja, jetzt nicht. Da wird gewünscht, wenn man geht. Und das wird töten. Überrascht zu den Bolzen. Warum ist Bockseins gekommen? Um zu sagen, dass ich ihn nach Hause gehe. Und das hat sich Urlaub gemacht. Cool. der gute xdp ja, aber die combo die kembe mutombo pendejo ja, ich hab extra den scheiß von Rekker geknackt nur, dass er diese Klappe nicht lockt countered Min Kick minus 2 2 Leute, geht's halt was geht's schon mal? gute Corner Pressure jetzt cross-up, guter Block von Insta auch beim cross-up Entire ist da aha, ja geht's jetzt zurück in die Ecke ex-fireball oh, oh oh, ja den Trade wird er gerne nehmen Dino kann sitzen bleiben weil er spielt jetzt gegen Maeve wir sind jetzt im Grand Final ja Dino muss resetten ja ja Maeve sucht einen Stick magst du meinen Stick? also mein Stick nicht das ist noch nicht süüüüüüüüür Jubei, das Studio ist schon nice. Ist gut, oder? Wer ist Holy GKK eigentlich CPU auslassen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube das sind Freunde von Anton. Achso, okay, okay. Aber Dino ist der shit, Mann. Sicher. Du bittest immer Stick an, weil Stick ist basically der primary grade. So, Stick ist sicher. Have to. Have to. Oder? Es ist nicht so, dass alle Leute auf uns schauen. Also wir Männer. Also wir Männer aufeinander. Es ist nicht so, dass Freunde auf uns schauen. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Die Dinger angeklebt. Super clever. Das da. Weil es ist immer runtergefallen. Jetzt klebt es mit Superkleber. Jetzt fällt es nicht mehr runter. Ich hätte Klebeband gegeben haben. Ich bin krankenschwester. Na, Superkleber. Wir fixen alles. Ich meine, man kann es sicher runterreißen. Aber. 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 Das Ding ist, wenn jemand runterreißt. Wo er uhr sauer geworden ist, erinnerst du dich? Wenn jemand runterreißt, dann kannst du tischen. Aber. Aber. Gibt es den Stream noch? Ja. Sicher. Ja, ja. Er war so sauer. Wo machst du das jetzt? Aber es sieht doch aus, als ob du es mit Absicht gemacht hast. Das sag ich schon ganz ehrlich. Ey, Can. Würdest du mir Wasser holen? Ich bin nicht alleine. Ja, wartet auf Dino. Was auch Wasser? Na, ich hab schon ausgetrunken. Er hat gefragt, ob du was zu machen. Ja, ich hab schon ausgetrunken. Ja, ich hab schon ausgetrunken. Ja. Ja. Ich trinke nix mehr. Und dann. Du musst morgen arbeiten. Das ist Alter. Das ist Alter. Das ist Alter. Drei, musst du morgen arbeiten? Drei, musst du morgen arbeiten? Ja. Gut. Ah, guck mal. Back here. Haben die noch? Ah, Low-Cop Burger. Nein. Nein. Aber so gar nix mehr. Aber so gar nix mehr. Ey, grüß dich. Danke. Danke. Danke schön. Trink mal noch eine Flasche. Gebeilt alle. Ja, ich trinke ja noch ein bisschen. Aber ich muss bald haben. Ich muss morgen da aufhelfen. Ich würd nicht mehr trinken. Na, keiner trinkt eine Flasche alleine. Was redest du? Kein Schafmast. Das ist gut. Na ja. Wir können nicht eine Flasche killen. Ah, vielleicht wenn jeder was trinkt, wenn mehr als fünf Leute was trinken. Nein, nein, nein. Du bist zu wenig Flasche. Du bist schon, erstens. Du bist schon x-game-rekt. Du bist schon rakt. Du bist schon rakt. Was ist denn? Warum nicht? Ja. Minu, Minu. Ja. Das war knapp. Ah, aber... wegen der Flasche ist gut. Aber beide Se-Bof. Kann so oder so ausgehen. Stimmt das ganz vieles wenn ich so probiere sollte. Muss ich das nicht sein. Kann ich den Einsatz gehen? Machen wir das nochmal. Kann ich das nicht. So ist das sehr zuhause. Stopp. Das ist noch Pause. Das ist noch ein Frames. 1-Frame, 1-Frame in 1 Backdraw jetzt von Maeve Denyteam, ich glaube ja, Dino war XSBK, nein, Backdash macht Bertl Oh, dash unter die Fire Ich glaube, der Maeve ist da weiter Gibt es da nicht einen, gibt es nicht einen Pathway to Super? Ah, den gehen wir ja Ja, Dino ist auf der Wurst Ich verstehe nicht, was der Typ da redet, ja Das ist alles so obvious Uh, leider noch recovered Ah, uh, nein, kein Pfanne Oh, das war so gut Schön, schön geteint Nein, der Feuerball in der Luft war zu früh, er war nicht safe Er war nicht safe, ja Ah, Bertl hat so richtig erkannt Ja, das wollte ich gerade sagen, Bertl hat so richtig erkannt Oh, fuck yeah Ja, basically 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 Das ist das, was wir mal machen Wir geben kein Pfanne an Wieso bist du denn zuerst, oder? Wenn jeder kann alle Was ist unfair? Achso, ich glaube, die spielen sollen Kaliber Crush Counter Guter Live Lead jetzt für Dino Corner Carry hat er auch Bertl kurz vom Stunt Muss jetzt aufpassen auf der nächste Ah, warum kommt der Leuchte dazu raus? Er spielt der Kummer, wie ich kämpfe Okay, stimmt Jetzt, das Blatt hat sich gewendet Okay Ja, final ist immer BO5 Mhm Oder Alle Fals Oder im Volksmund auch bekannt als First to Free Wie sagt ihr das in Deutsch? Nein, generell Ich habe nur Geschmackssache Regional unabhängig Ah, dieser Druck von Dino Gehen Ja, eben Für mich Statt aus Schütze Du stehst am Kabel Nicht gut Na, jetzt Für mich gibt's Du Zagst Um Geras macht sehr gut Druck Mit dem Simpilen Mit Norbels Uuuuh Keine Enti Triggerbeer Oder Ich glaube, meiner Meinung nach Bleibt vorne, Dino hat das aber gefußt. Nein, 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 es wird noch nicht killen, aber vielleicht... Ich hätte es gedacht, dass Bertl den Eastern overhead macht. Yeah? Merk. Slide? Nein, ok. Ich gehe nach Bertl ins Slide, weil er denkt, dass Dino ein Hallo schießt, ein weiteres. Corner Carry, Counter-It confirms. Mal wieder, ex, äh, nicht FBG. Bitter, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Nate, mit Tournament Point. Noch nicht. Oh ja? Noch nicht. Na ja, es wird schon 2-0. Ja ja, aber eine Runde muss er doch noch nicht. Oh ja, aber Tournament Lance, Entschuldigung. Na einfach. Na einfach. Dino überlegt sich gerade, ob er nicht die Endreds wünschen sollte. Ah. Hahahaha. Round 1. Fight. Oh, ich hab mir Quatsch. Da. Ich muss einmal gehen. Und dann, wo ich in die Wüste bin. Ich bin jetzt. Wicke, wir haben. Probably die mit Hintern. Ja. Ich bin jetzt für einen Bitter. Du hast nie gedacht. Ich habe get itself geschenkt. Ich hab das noch wieder Ich hab das noch wieder Ich hab das noch wieder Battle mit dem Matchpoint Low forward, SPK Und dann ein Wurf Ja, guter Teich Wichtiger Teicher Wobei lieber den Wurf als den Chimmy fressen Oh, Dropped Die nur noch ihm, nicht mehr im Rennen Das tut nichts Das sieht ihr niemals Pudding winning Pudding winning first Pudding winning first